Hallo, mein Name ist Eva Laiko und ich werde Dich jetzt durch diesen Übungspodcast leiten. Und diese erste Übung, die wir machen, da geht es um den Schwerpunkt. Ich bitte Dich, stell Dich in den Raum, in einen hüftbreiten Stand, löse Deine Knie, schließe die Augen und komm zuerst mal an im Stehen. Und dann beginn im Stehen das Gewicht auf den Füßen zu verlagern. Spür die Gewichtsverlagerung, wie sie von rechts nach links, vor und rück geht. Die Knie sind dabei gelöst, entspannt und reagieren auf die Gewichtsverlagerung. Dann beginn jetzt während der Gewichtsverlagerung die Hände aneinander zu reiben, so dass Wärme entsteht zwischen den Händen. Reibe sie kräftig aneinander. Und stell Dir vor, zwischen Deinen Händen entsteht eine orangene, kräftig orangene Farbe. Während Du die Hände reibst, verlagerst Du ständig das Gewicht weiter auf Deinen Füßen. Während Du das Gewicht weiter verlagerst, reibe jetzt diese orangene Farbe um den Schwerpunkt herum ein. Das ist etwa fünf Finger unterhalb des Bauchnabels. Und da großzügig, wie wenn Du mit einer Creme diesen Bereich einreibst, dort die Farbe reingeben. Und dann lass die Hände dort liegen auf Deinem Schwerpunkt, circa fünf Finger unterhalb des Bauchnabels und verlagere das Gewicht weiter. Und stell Dir dabei vor, diese orangene Farbe sickert über die Haut in den Körper hinein und bildet im Schwerpunkt einen orangefarbenen, leuchtenden Energieball. Das Gewicht verlagerst Du immer noch weiter und der Schwerpunkt, dieser Energieball, bewegt sich mit der Gewichtsverlagerung ständig hin und her, vor und zurück. Beginn dann, die Bewegung auch abwärts und aufwärts zu führen, sodass der Energieball, der Schwerpunkt, gleichzeitig aufwärts und abwärts geht. Lass die Knie darauf reagieren. Vergrößere die Bewegung, nach oben, nach unten, zu den Seiten, nach vorne, zurück. Und lass die Füße darauf reagieren, sodass sich jetzt die Füße neu platzieren. Immer wieder. Und spüre diese Verbindung zum Schwerpunkt. Dann beginn den Schwerpunkt auch zu drehen, sodass sich Deine Front mit verändert. Vergrößere auch das weiter, sodass Du beginnst, den Platz zu umspielen und Dich in den Raum zu bewegen. Die Hände liegen immer noch auf dem Schwerpunkt. Und wenn Du ihn gut spürst, kannst Du die Hände jetzt auch loslassen und beginn, die Arme und Hände zu der Bewegung des Schwerpunkts zu koordinieren. Vergrößere weiter, führ den Schwerpunkt auch in tiefere Ebenen, zum Boden, über den Boden und wieder hinauf, sodass sich Dein Bewegungsraum immer mehr erweitert und vergrößert. Die Arme bewegen sich frei mit. Vergrößere die Bewegung weiter in den Raum und lass Dich von diesem Schwerpunkt in einen freien tänzerischen Fluss führen. Vergrößere die Bewegung des Schwerpunkt in den 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 Schwerpunkt. Und stopp, bleibe. Und beginn darin, jetzt Deinen Schwerpunkt, das Gewicht wieder zu verlagern, aber auf dem Platz, wo Du bist, auf der Unterstützungsfläche, wo Du gerade bist. und dann wieder weiter in den raum vergrößern so dass die unterstützungsflächen sich verändern dass du mal auf händen mal auf füßen mal auf dem gesäß auf dem rücken dein gewicht hast und wieder stopp und nur am platz wo du bist so wie du gerade bist das gewicht verlagern und wieder frei weiter mit großen bewegungen und jetzt beginn das tempo zu erhöhen und deinen schwerpunkt schnell durch den raum zu bewegen und dann löst jetzt auf und geht durch den raum dann nimm dir einen platz im raum und stell dich in deine bestmögliche aufrichtung hin das heißt platziere deine füße hüftgelenksbreit nebeneinander richte die füße so aus dass die zehn nach vorne zeigen parallel sind achte darauf dass großzehballen kleinzehballen und fersen mittelpunkt belastet sind richte die achsen deiner beine auf gradlinig richte dein becken auf und richte deine wirbelsäule auf bis oben zwischen die ohren dass du ganz in deiner bestmöglichen aufrichtung stehst dein kopf balanciert auf dem obersten wirbel verlängere nun deinen scheitel richtung decke stell dir vor da wäre ein seidener faden der richtung decke zieht und nimm jetzt die vorstellung auf dass durch diesen scheitel mittelpunkt und durch die mitte deines körpers eine imaginäre achse durchgeht deine längs achse und richte dich entlang dieser längs achse auf auf dieser längs achse liegt dein schwerpunkt und beginn nun den schwerpunkt an dieser achse entlang abwärts zu bewegen aber nur so lang dass die fersen am boden bleiben und wieder aufwärts zu bewegen zur normale ebene wiederhole dies ein paar mal senke immer wieder den schwerpunkt entlang der achse ab und hebe ihn wieder zur normalen während du den schwerpunkt senkst achte darauf dass deine knie über die zweiten zehen sich beugen und dass deine füße gut belastet bleiben dann erweitere die bewegung auch nach oben in die erhebung und schau was passiert wohin geht das gewicht wenn du den schwerpunkt nach oben wandern lässt spüre wie die fersen sich lösen und wie du in die erhebung auf die ballen nach oben kommst und komm wieder runter zur normalen ich begleite dich jetzt mit meiner stimme in dieser bewegung und senken und zur normalen in die erhebung und normal und abwärts da da aufwärts und hinauf und senk ab letztes mal und abwärts und zur normalen zieh hinauf und senk ab jetzt senkt den schwerpunkt ab und wenn du möchtest wenn du keine probleme mit den knien hast senkt den schwerpunkt entlang der achse weiter hinunter und spüre was passiert mit deinen füßen wie die fersen sich lösen müssen und du auf dem ballen in die tiefe schwerpunkt senkung kommst und schieb dich durch druck in den boden wieder hinauf bis zur normalen wiederhole das zuerst gehen die halbe schwerpunkt senkung und jetzt achte darauf der schwerpunkt geht senkrecht weiter abwärts so dass sich die fersen vom boden lösen müssen und unten setzt sich nicht hin halte die spannung in den oberschenkeln und schieb dich wieder hinauf bis in die normale mach es noch einmal bis in die halbe schwerpunkt senkung bei der ganzen schwerpunkt senkung nur so tief wie du es von der kraft in den oberschenkeln halten kannst und schieb dich wieder hoch zur normalen dann lockere deine beine aus schüttel sie etwas aus und kommen wieder zum stehen und beginn deinen schwerpunkt jetzt auf und ab zu bewegen in fließender weise und daraus noch mal in einen freien bewegungsfluss kommen ausgehend wieder vom schwerpunkt und vor allem die auf und ab bewegung des schwerpunkt betonen und dann kommt zur ruhe stell dich noch mal in deine aufrichtung spür noch mal nach und löse auf Dankeschön fürs mitmachen Dankeschön fürs mitmachen Dankeschön fürs mitmachen